Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir mal über die Königin des Stoffwechsels, die Leber. Was die alles für Aufgaben hat und wenn die nicht richtig funktioniert, was es alles für Folgen haben kann, das erfahren wir heute von unserem Arzt und Heilpraktiker Kurt Mosetter. Und der wird uns mitnehmen auf die neuesten Erkenntnisse und auch wirklich die tiefgründigen Ursachen, dass man das Ganze mal versteht, wie überhaupt unser Körper miteinander im Einklang funktioniert. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Kurt, schön, dass du da bist. Dankeschön. Und immer wieder schön, dass du eben Körper, Geist und Seele in Verbindung bringst und auch dieses Wunderwerk an Mensch und unsere Selbstheilungskräfte auch immer so schön einfach verdeutlicht und erklärst das auch beim Thema Königin des Stoffwechsels. Die Königin ist ja bei uns ziemlich am Leiden. Ja. Und damit die wieder ihren Thron einnehmen kann, wäre es mal schön, weil aktuell liegt die ja eher im Kerker, würde ich sagen, oder? Also die Königin ist die Leber. Und in den Zeiten von Stress und Angst und Panik, da leidet die Leber. Das heißt mal so weit voraus, der größte Feind von der Leber ist Stress. Und wenn der Körper zu viel Stress hat, dann kriegt die Leber die Impulse, hey, produziert Zucker, produziert Zucker. Und dann baut die Leber um in Zuckerproduktion. Und dann ist zu viel Zucker im Blut. Und dann gibt es eine Kaskade von Ereignissen. Aber noch einen Schritt zurück. Im Jahr 1987, 88, 89 habe ich fantastische Lehrer gefunden in Nepal, Sikkim und Tibet. Und der führende Ayurveda-Arzt, Dr. Mana, für den war klar, die Leber ist Schlüsselorgan, um alle Zivilisationserkrankungen abzufangen. Und er hat uns beschrieben, zu viel Zucker, Pizza, Pasta, Cola und zu viele Früchte machen die Leber krank. Wenn die Leber krank wird, entsteht eine nicht-alkoholische Fettleber. Die Leber sieht noch ganz ordentlich aus. Die Leute haben noch kein Übergewicht, kein Diabetes, aber die Leber ist schon krank. Und je nach familiärer Belastung kann dann ein Krebs entstehen oder eine Autoimmunerkrankung oder eine Neuroerkrankung. Und für mich war das abenteuerlich. Also Pizza, Pasta, Zucker, Been war klar. Aber dann tatsächlich Brot natürlich immer weg. Aber dass plötzlich die Früchte weg waren, war für mich abenteuerlich. Habe ich auch in der Folge Jahrzehnt nicht verstanden. Dann kam der Leibarzt vom Dalai Lama, Yeshi Dondon, Beri Klaik. Und die haben das Gleiche aus der tibetischen Medizin. Pizza, Pasta, Cola, Been, keine kurzkötige Kohlehydrate, kein Brot, keine Nudeln, keine Kartoffeln und kein Reis. Dann hat er gesagt, ja, das ist ja Wahnsinn. Aber auch keine Früchte. Dann hat er gesagt, ja, aber die Vitamine. Dann haben sie gesagt, Gott, die Vitamine sind nachgeschaltet. Wir brauchen sekundäre Pflanzestoffe. Damals waren das noch keine sekundäre Pflanzestoffe, sondern molekulare Naturstoffe. So weit, so gut. Dann haben wir viel von den Kräutern mitgenommen. Aus Nepal und Sikkim an die Charité. Und jetzt kam die nächste glückliche Konstellation in unserem Leben. Ein guter Freund von meinem Papa, der wurde inzwischen wieder gesund mit seiner Autoimmunerkrankung. Der Professor Werner Reuter war ein Glykobiologe und ein Leberspezialist an der Charité. Also ein Glykobiologe, der hat Zucker beforscht. Und der größte Feind von der Leber ist wirklich Zucker. Also jetzt auch biochemisch. Zucker und Fruchtzucker. Dann haben wir verstanden, aha, der Zucker, der Zuckerinsulinresistenz führt dazu, dass die Leber Stress hat. Und jetzt gibt es eben unterschiedliche Erkrankungen. Während der eine aus dem Zuckerstress über die Leber ein Diabetes Typ 2 entwickelt, nochmal ein anderer Gewicht zunimmt, wird nochmal ein anderer, eine nicht-alkoholische Fettleber entwickeln. Und die Leber, wenn sie gesund ist, reguliert den Stoffwechsel, wir haben genügend Energie, alles gut. Aber wenn die Leber geschädigt ist, dann entsteht Müdigkeit, Abgeschlagenheit, dann entsteht so ein Müdigkeitssyndrom, Fatigue-Syndrom, aber auch eine Immunschwäche und ein Energiemangel. Die Strategie dann, an der Charité hat gezeigt, aha, wenn die Leber richtig krank wird, dann entsteht endlich eine Leberzirrhose. Leberzirrhose, das ist übrigens durch Fruchtzucker induzierte Leberzirrhose, ist inzwischen Transplantationspunkt Nummer 1 für die Leber in der USA. Also, es gibt dann die Leberzirrhose und dann ein Leberkoma mit viel Ammoniak. Das heißt, wenn die Leber leidet, entsteht richtig viel Ammoniak. Und das macht uns dann todkrank im Hirn. Das sorgt dann für das Hepatoencephalopathie-assoziierte Koma. Das hemmt aber auch überhaupt die neuronale Entwicklung. Jetzt war die Frage, was kann man mit der Leber denn noch tun, wenn sie krank ist? Kann die wieder zurückkommen? Ja, die kann wieder zurückkommen. Das kann ja gar nicht sein, dann wüssten wir das in Europa. Jetzt kam über den Professor Reuter ein Hepatologe ins Spiel im Großen Kreuzkrankerholz in Berlin. Und jetzt haben wir den Patienten Galaktose gegeben. Und siehe da, die Leberwerte wurden besser, Gamma-GT besser, die ALAT, die Alanin-Aminotransferase besser. Und wir haben gesehen, Galaktose bindet Ammoniak. Denen Patienten ging es viel besser und die Leber hat sich verbessert. Wie ist das möglich? Dann war die Frage, wer ist denn noch der weitere Feind von der Leber? Wir haben schon gewusst, der Fruchtzucker, hier hat es noch keiner geglaubt. Heute ganz klare Datenlage aus der USA, von Robert Lustig, aber auch von Nikolai Worm, von vielen Forschern. Der Hauptfeind für die Leber ist der Fruchtzucker. Der Fruchtzucker sorgt dann lebertoxisch für die Entstehung von einer hohen Harnsäure. Das schaltet die Fettsynthese an. Das heißt, Fett entsteht nicht dadurch in uns, wenn wir Fett essen, sondern wenn in der Leber Fett entsteht, dann jagt es die Fettwerte hoch. Und dann aktiviert es die Glückierung, also eine toxische Substanz, 200 Mal stärker als der normale Zucker. Dann geht unser Sättigkeitsgefühl verloren. Das ist eine Katastrophe. In den USA, 42 Prozent der Bevölkerung hat eine nicht-alkoholische Fettleber. Die sind schlank. Da sieht man nichts, aber die haben eine Fettleber. Ja, du hast ja auch diese Fettleber in Verbindung mit dem Krebs, gerade bei den Kindern auch schon mal genannt in einem Interview. Genau. Die haben wahrscheinlich auch eine Fettleber vor ihrem Krebs. Genau, die haben vorher eine Fettleber. Und jetzt kommt die gute Botschaft. In Asien, 1987, 88, 89, anders ernährt, mit einem gesunden Darm erholt sich die Leber. Ja, und jetzt die gute Botschaft, aktuell aus der USA, neun Tage, nur neun Tage ohne Süßgetränke, dann geht es der Leber bei allen Menschen schon besser. Die Fettwerte kommen runter, die Harnsäure kommt runter, das Appetitverhalten bessert sich, das Gewicht verbessert. Nur neun Tage. Das heißt, die Leber hat ein unheimliches Potenzial. Das heißt, wenn wir die Leber gut pflegen, sind wir auf der guten Seite. Die Pflege kommt aus dem Darm. Wenn aus dem Darm gesunde Substanzen produziert werden, wie kurzkettige Fettsäure, für die Fettverbrennung, wenn in den Darm Energie entsteht, für die Mitochon drin, dann kommen die Signale vom Darm zu Leber und sagen, Leber ist gut, geschlafe Regeneration. Aber wenn der Darm krank ist und die Nährstoffe nicht kommen, dann sagt das Gehirn, wir kriegen nichts aus dem Darm. Leber, du springst ein. Und dann produziert die Zucker. Und für viele Menschen, die denken, sie ernähren sich gut, die haben dann trotzdem erhöhte Blutzuckerspiegel am Morgen. Da steigt dann der HbA1c an und das ist die Leber. Deshalb brauchen wir die Pflege aus dem Darm, die Pflege aus der Ernährung und die Pflege aus dem Mindfulness, der achtsame, stressregulierende Lebensstil, der dann hilft, dass die Leber ins Spiel kommt. Wenn die wiederkommt, ist der Garant für die Rückeroberung von der Gesundheit. Sowohl bei Autoimmunerkrankungen wie bei Neuroerkrankungen, Parkinson, Alzheimer, aber auch bei einsündlichen Erkrankungen, Herz-Kreislauf, aber auch bei Erkrankungen, die in die Entwicklung von der Onkologie gehen. Gerade die mit der Leberproblematik, meistens geht es ja auch in diese Richtung erhöhte HbA1c-Werte, dann sind wir schon beim Diabetes. Wenn jetzt ein Diabetiker umstellt auf eine kohlenhydratarme Ernährung oder mediterrane Kostform, dann hat er ja morgens diesen extrem hohen Blutzuckerspiegel oft und erschrickt durch diese Glyconeogenese. Wie lange dauert das? Wie lange muss er durchhalten? Wie kann er das steuern, dass er nicht da in so eine Angst verfällt? Wie gehst du da mit dem Patienten um? Wenn man umstellt und der Körper gewöhnt war an kurzkittige Kohlehydrate mit dem hohen Insulin, hat er zwei Probleme. Das heißt, man gibt ihm Fett, aber er kann es noch nicht verwerten. Aber wenn er dann den Zucker nicht mehr hat und die Kohlehydrate ist Insulin, die Baseline vom Insulin immer noch zu hoch, das messen wir über den Homa-Index. Wir messen Insulin. Und wenn das zu hoch ist, aber er das Fett noch nicht verwertet, dann kriegt er Unterzucker. Dann wird er nervös, er schlaft schlecht und Unterzucker möchte man auf keinen Fall. Und wenn er Unterzucker hat, dann kriegt die Leber Stress und produziert Zucker. Deshalb gucken wir, dass man am Abend noch moderat zum Beispiel eine Linsensuppe isst, da ist ein bisschen Galaktose drin, trinkt man ein Glas Wasser mit ein bisschen Galaktose, das induziert die Fettverbrennung, das gibt Energie und so kann ich die senken, die sonst entstehen, mit verdeckter Hypoglykämie überwinden. Dann kann man ihm der Leber noch Bittersubstanzen geben, Taraxacum, Kompositum, Mariendistel, Bittersubstanzen und so kann man die Leber auch noch geschickt pflegen. Die Leber braucht eine gute Fürsorge. Und über Pro-Präbiotika kann man die Leber auch nochmal fördern. Aber das ist eine wichtige Botschaft, man muss das langsam machen. Das heißt, am Anfang nur langsam weg von der kurzkittigen Kohlenhydrate zu langkittigen. Dann von der langkittigen, die langkittigen reduzieren, als Ersatz Kohlenhydrat, die Galaktose und Bittersubstanzen. Dann kommt die Leber zu hohe, vielleicht sogar ein Leberwickel. Alles gut. Wie wirkt die Galaktose-Auswirkung auf den Insulinspiegel? Die ist insulinunabhängig. Das ist eben das Schöne. Galaktose ist insulinunabhängig, otowaborig. Hans Kosterlitz. Wie kriegt dann der, der unterzuckert ist, mit der Galaktose seinen Unterzucker? Er braucht kein Insulin, wenn die Galaktose über die Glucose-1- und 3-Transporter reinkommt. Das sind Einräder und Dreiräder. Und die Galaktose baut sogar zusätzliche Glucose-1- und 3-Transporter. Also erholt sich der Blutzucker wieder unabhängig vom Insulinspiegel? Und der Zucker kommt plötzlich wieder rein. Und das Insulin senkt. Und so kann man den Stoffwechsel erziehen. Bei Kindern mit ADHS, bei Menschen, die in der Abhängigkeit sind vom Diabetes Typ 2, bei Menschen, nicht bei der nicht-alkoholischen Fettleber, aber auch bei Tumorpatienten und Neuropatienten. Die sind ja oft geprimt und haben sechsmal am Tag Kohlehydrate. Und am Schluss verhungern sie in der Kachexie, weil sie die nicht verwerten können. Deshalb brauchen die Fett. Aber wir müssen ihnen helfen, dass sie das Fett verbrennen. Und Galaktose induziert die Fettverbrennung. Das ist ein Patent von Novartis und eigentlich fantastisch. Und jetzt kann ich für den Entzug, Zuckerentzug, Galaktose verwenden. Wenn die Fettverbrennung läuft, verbrauche ich die vielleicht gar nicht mehr. Jetzt ist es ja schon sehr kostspielig, gell? Die Galaktose, muss ich da beim Einkauf auf irgendwas achten? Gibt es da wieder so ein bisschen schwarze Schafe? Ja, da gibt es Galaktose aus, importiert aus China und Indien. Die wird eben, China und Indien sind nicht schlecht, aber dort wird Galaktose halt aus zum Teil der Kadaver-Milch, also Milch von Kadavern mit Molke und Schwefelsäure gewonnen. Die Galaktose möchten wir nicht im Hirn. Und deshalb möchten wir gerne eine hochreine Galaktose, die die jetzt viele Schweizer Apotheker haben, viele, die wir jetzt in unserem Fall Kendo-Shop haben, die ist so hoch rein nach GMP-Bedingungen, das heißt, da kann man eine Infusion draus machen, die ist 100% safe, die ist bei der Kölner Liste, NADA, WADA, Profisport, geprüft, jede Charge zertifiziert und da sind wir safe. Und dann brauchen wir gar nicht so viel, ein bisschen reicht. Das kann man flankieren noch, indem man sich ein DAL macht. Nepal, Sikkim, Tibet. Im DAL hat man eigentlich lange verkochte Linsen. Da ist auch Galaktose drin. Okay, super. Wie würdest du es jetzt bei Kindern anwenden, um eben diese, weißt du, Kinder hast ja oft auch nicht unter Kontrolle. Ja. Ja, dann gibt es mal hier einen Red Bull und da wird mal irgendwas reingepfiffen, geschwind. Aber man möchte dann trotzdem denen so ein bisschen immer was unterschieben. Das machen wir so, im Profisport ist der Zeugwort und der Physio rührt das an und die haben ihr Sportgetränk. Und bei den Kindern ist es dann so, Mama oder Papa machen das Getränk. Dann haben die einen halben Liter Wasser, dann machen wir einen Teelöffel rein und wenn die Durst haben, dann trinken sie das. Und dann vermeiden wir die Peaks vom Zucker und die Downs vom Unterzucker und den Schleuderkurs mit Up und Down. Also kann ich das echt mit in die Schule geben? Das kann man mit in die Schule geben, absolut. Oder zum Arbeiten? Ja, absolut. Gerade auch, wenn ich jetzt körperlich arbeite? Ja. Okay. Und die Leber wird noch geschützt und die Flitzzeilen abgebunden? Genau. Und das Ammoniak wird noch gebunden. Gut, dann habe ich ja ein neues Lieblingsnahrungsmittel. Absolut. Und die Leber ist ein magisches Organ mit einer großen Kapazität. Man kann sich das vorstellen, man hat so ein kleines, schönes Organ, ganz im Hintergrund. Und wenn das aber sich zur Fettleber entwickelt, dann entsteht ein metabolisches Syndrom, die Harnsäure geht hoch, deshalb Gicht, Blutdruck steigt an und dann entsteht à la longue auch ein Diabetes Typ 2 oder eine Adipositas. Aber dann schlägt es ein über die Blut-Hirn-Schranke und dann kommt das Gehirn dran. Deshalb leidet last not least das Gehirn. Und lange Zeit, bevor das Hirn leidet, kann man die Leber pflegen und dann ist eine gesunde Leber ein Gehirnschutz. Dann hast du natürlich diesen Typ-3-Diabetes nachher am Start. Genau. Kann man den nochmal reversibel steigen? Das ist unsere Forschung an der Charité über Galactose und Leberforschung. Deshalb haben wir ein Buch geschrieben, das heißt Zuckerkrankheit Alzheimer. Und auch da, man kann das vermeiden und bis zu einem gewissen Grad tatsächlich zurückdrehen. Das heißt, man reduziert dann die schlechte Kohlehydrate. Alzheimer ist in einem hohen Prozentsatz der Fälle ein Diabetes Typ 3, also eine Insulinresistenz im Gehirn. Und jetzt ist der Zuckerspiegel im Gehirn und der Zuckerspiegel peripher über die Leber gekoppelt. Das heißt, wenn wir die Leber gut pflegen und dann tatsächlich die kurzkittige Kohlehydrate mit dem toxischen Impact für das Gehirn reduzieren, dann hat das Gehirn eine riesige Kapazität, sich zurückerobern. Im Tierexperiment fünfmal wiederholt konnte man eigentlich zeigen, bei allen Tierchen mit einer Insulinresistenz, Diabetes Typ 3, dass sie sich innerhalb von vier Wochen wiederholen. An der Charité und in Zagreb. Und eigentlich denkt man ja, dann muss man es doch tun. Im Moment hat es noch zu wenig praktische Umsetzbarkeit. Und es braucht auch Aufklärung, wie machtvoll die Ernährung ist und der Darm und Mikronährstoffe und wie wichtig das Stoffwechselorgan Leber ist. Bis heute erleben wir das dann gesagt, da ist ein Wohlstandsleberchen. Ein Wohlstandsleberchen, das ist Sprungbrett in die Krankheit. Deshalb muss man was tun. Jetzt haben wir doch viele Probleme mit der Verdauung. Zu schnelles Essen und, und, und. Dann hast du nachher die Fäulnisbakterien im Darm, die dich ja deutlich schlimmer vergiften wie die Toxine von außen. Das ist ja vielen auch gar nicht bewusst. Wie schaffe ich es jetzt, wenn mir das bewusst wird, diese Toxine rauszubekommen oder die Leber nochmals zu unterstützen? Also man sollte eigentlich jeden Tag einmal Stuhlgang haben. Wenn man die FX-Meyer-Ärzte frage, jetzt dann liebe Henning und Alex, dann sage ich die sogar eher zweimal. Man sollte auf keinen Fall Verstopfung haben. Die Obstipation, die korreliert mit Endotoxine und mit Ammoniak und dann kommt eben das Ammoniak noch aus dem Darm und schädigt von dort die Leber. Das ist eigentlich ganz sicher. Die Signale vom Darm, die sollen die Leber pflegen und ins Gehirn und nicht schädigen. Deshalb kann man sagen, die Aufenthaltszeit von bestimmten Lebensmitteln im Magen, Darm, Dünndarm, Dickdarm, ist eigentlich dann besonders hoch. Getreide sechs Stunden im Magen, sechs Stunden im Dünndarm, sechs Stunden im Dickdarm, also 18 Stunden. Aber wenn ich jetzt noch Fleisch mit Getreide nehme, dann verstopft das Rohr und dann kommt garantiert Verstopfung. Also Früchte, die wertvolle, mit wenig Fruchtzucker und Gemüse, die sind weniger lang da. Die beschleunigen die Verdauung. Und deshalb würde ich dann solche Dinge, die eigentlich lang den Darmbelaster reduzieren. Ich würde tatsächlich mit viel Wasser, viel trinken, die Magen-Darm-Passage beschleunigen. Ich würde tatsächlich mit dem Prä- und Probiotika, den Darmbakterien, auf die Sprünge helfen. Ich würde tatsächlich mit Glutamin und Galactose die Entgiftung aktivieren. Es gibt auch noch Aminosäuren, die jetzt für Arginin und Ornithin und für zweikettige Aminosäuren, die können auch Ammoniak binden. Da kann man noch damit arbeiten. Gelum ist eine Substanz, die bindet Ammoniak. Also alles, was die Magen-Darm pflegt, mit ins Spiel bringen. Und es hilft dann eigentlich auch der Leber. Ich war auch ein bisschen erschrocken, wie viele Menschen doch Verstopfung haben. So Kollektives nicht loslassen können. An alten Dingen vielleicht auch. Wie würdest du, gerade auf dem Thema, gibt es ja auch Darmreinigungskuren, Kolonhydro, regelmäßige Einläufe, Kaffee-Einläufe oder mit irgendwelchen Knoblauch. Hast du da Erfahrungen? Was hältst du davon? Also erst mal muss ich von der eigenen Ignoranz berichten. Ich habe da immer drüber gelacht. Ich habe auch über die FX-Eiermeier-Ärzte gelacht. Und ich wollte auch keinen Einlauf. Und ich habe das gesehen, ich habe das respektiert. Und habe gedacht, na ja, genau. Dann habe ich aber über die Paracelsus-Klinik, über der Viktor von Tönkes, über der Thomas Rau und Olaf Kunke und über das Simon-Feldhaus und über viele Patienten und über viele Heilpraktiker gelernt, hey, das wirkt richtig gut. Also eine Darmspülung, eine Darmsäuberung. Dann kamen die FX-Meier-Ärzte, Henning Sator und Alex Vitasek usw. Ja, das wirkt richtig gut. Und es war eigentlich die eigene Ignoranz, dass ich viel zu lange das nicht gesehen habe, obwohl ich es ja hätte wissen müssen. Denn für Asien war klar, das Tor zur Gesundheit ist der Darm und die Königin ist, für den Stoffwechsel ist die Leber. Und jetzt weiß ich, wir müssen uns flankieren. Und wenn jetzt jemand noch eine Darmreinigung macht, wenn jemand noch eine Darmspülung macht, wenn jemand noch sozusagen eine Fastenintervention macht, den Darm zu entgiften, alles gut. Und jetzt muss man gucken, zu wem was am besten passt. Aber ja, also wir haben das zu wenig auf dem Radar gehabt. Ja, wir haben zu wenig Erfahrung damit gehabt. Aber auch ja, je besseres Netzwerk, wenn irgendjemand bereit ist, das zu tun, haben wir viel bessere Karten. Alle Menschen, die mit der Darmreinigung aktiv sind oder mit Darmspülungen oder mit allem in dem Kontext, die dann zu uns kommen, haben eine bessere Regulation. Dann haben wir eine leichtere Arbeit. Und alle anderen medizinischen Maßnahmen wirken dann besser. Also deshalb immer gerne Kombis. Also gibt es da irgendeinen Einlauf, wo du sagst, der macht wirklich für die Leber Sinn? Kaffee, Knoblauch oder nur Wasser? Genau, im Wechsel. Genau, Kaffee wird empfohlen. Aber da kann ich jetzt nicht normalen Haushaltskaffee nehmen, oder? Da sind ja auch wieder lauter Belastete. Ja, genau. Da muss man schon einen Bio-Öko-Kaffee kaufen. Der ist dann wertvoll. Und da haben wir dann wirklich von den FX-Mayer-Ärzten gelernt. Ja, das sollte man dann nicht zu oft machen, aber dann schön dranbleiben, so eine Säuberung gut durchziehen. Und du hattest gemeint, das funktioniert gut. Woran machst du das fest? Haben die dann relativ schnell bessere Leberwerte, oder geht der Gamma-GT runter? Die Leberwerte wäre schnell besser. Die ALAT wird besser, die Gamma-GT wird besser, die Fettwerte wäre besser. Also die Fettwerte wäre besser, wenn es der Leber besser geht. Die Fettwerte wäre nicht besser, wenn ich einfach weniger Fett esse. Genau, also klares Statement. Genau, und dann merke ich es aber auch, dass die Muskeln elastischer wären. Die Faszien wären geschmeidiger. Und wenn jetzt Menschen mit chronischem Schmerz und Schmerz- und Bandscheibenvorfälle zu uns kommen, behandeln wir manuell. Myoreflex-Therapie ist unsere Königsdisziplin. Und je besser der Darm und der Stoffwechsel, umso schneller reagiert es, mit weniger Behandlung, eine größere Nachhaltigkeit, ein nachhaltig besseres Ziel. Je schlechter der Arm, je mehr die Leber belastet, umso mehr metabolische Acidose, umso mehr Ammoniak, umso zäher ist die Behandlung. Deshalb ist die Verbindung so schön. Eine Frage habe ich noch zu den Bitterstoffen. Irgendwie der Alkohol, wenn ich jetzt wirklich so fasten möchte, in der Fettverbrennung sein möchte, in Gifte, dann tue ich mich immer schwer mit diesen Bitterstoffen in dieser Alkohollösung. Oder ist das irrelevant? Genau, es gibt jetzt ja verschiedene Tees auch, in der Königsweg wäre ein Tee, zum Beispiel mit Artemisia und Maria-Distel und Löwenzahn, also bittere Tees, Rucola. Und dann gibt es die, also schöne Präparate, zum Beispiel von Ceres, da ist ein bisschen Alkohol drin, aber die kleine Menge mit dem Kraut geht gut, nur darf man dann halt nicht dazu noch was anderes trinken. Aber das hätte jetzt keinen Einfluss auf meinen Fettstoff wechseln. Nein, das ist absolut moderat. Okay, super. Haben wir noch was vergessen für die Leber? Also ganz sicher hilft Lebensstil, Meditation, ganz sicher hilft Mindfulness und Achtsamkeit. Und je besser wir in Stress können, umso besser geht es der Leber. Und auf der anderen Seite, je besser es der Leber geht, umso besser findet man in die Ruhe. Das wäre die Zugleichheit. Und deshalb glaube ich, ein Stressmanagement ist total wichtig. Und tatsächlich ein Bewusstsein auch für den Schlaf. Das heißt, je besser der Schlaf, umso besser kann die Leber sich erholen. Wenn ich keinen Schlaf habe, hat die immer Stress. Aber wenn die Leber nicht gut kann, dann finde ich auch nicht zur Ruhe. Und deshalb gibt es manchmal noch einige Substanzen, die den Schlaf fördern, wie Passionsfrucht und Baltrian und Hypericum und 5-Hydroxy-Trifter-Fahren, Aminosäure oder ein bisschen Melatonin. Wenn das dort gut läuft, dann ist die Leber auch gut gepflegt. Super. Vielen, vielen Dank für den tollen Rundumblick. War echt super spannend. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn die Leute sich aber jetzt doch noch mal ein bisschen näher informieren wollen, gibt es Möglichkeiten, sich da noch mal einzulesen und zu sagen, hier, da schaffe ich mir noch mal einen Überblick. Ja, am ehesten sozusagen in dem Weg nochmal Zucker, der heimliche Killer. Da ist die Leber drin. Nikolai Worm, die Menschenstopfleber. Auch die Literatur von Nikolai Worm war da sicher federführend. Für alle, die noch mehr wissen möchten, gibt es tolle Talks von Robert Lustig. Robert Lustig, ein brillantes Genie in der USA. Der hat auch eine Neuauflage gemacht von Pure, White and Deadly. Genau, pur, weiß und tödlich zum Zucker und zum Fruchtzucker. Das ist übrigens ein Kinderarzt, und ein Endokrinologe, der das schon lange auf dem Radar hat, der hat das erste Paper gebracht 2012, The Toxic Truth About Sugar. Genau, und damals schon, also vor fast zehn Jahren, ein Teelöffel Fruchtzucker jagt die Harnsäure und die Fettwerte und der Blutdruck in die Höhe. Und jetzt wird es Zeit, dass ich es durchsetze. Tolle Talks, gut verständlich und auch sein Buch, eigentlich auch ein schönes Buch. Super, dann danke ich dir und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dankeschön, war mir eine Freude. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Leber ist einfach so wichtig, da kann man einfach nicht genug davon wissen. Und ich hoffe, Sie haben auch einiges mitnehmen können aus dieser umfangreichen Sendung. Viele Tipps und Tricks und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Untertitelung im Auftrag des ZDFs, Untertitelung des ZDF, 2020